In dem Video zeige ich euch, wie ihr aus einem normalen Proximity Prompt, ein Proximity Prompt mit einem eigenen Design machen könnt. Nice! Das hat sich ein Zuschauer gewünscht und ist auch ganz praktisch, wenn ihr halt ein Spiel mit einem eigenen Style entwickelt und halt nicht immer diese gleichen Proximity Prompts wie jedes Spiel haben wollt. Dann kann das halt auch ein bisschen besser zum Mood passen. So, um anzufangen, sehen wir erstmal, was ist eigentlich ein Proximity Prompt. Hier habt ihr erstmal ein Part. In dem Part drin könnt ihr ein Proximity Prompt platzieren. Die heißen so, könnt ihr über Plus Procs eingeben und den dann hinzufügen. Und dieser Proximity Prompt macht dann halt wirklich schon dieses GUI, der Spieler damit interagieren können. Das Proximity Prompt kann man auf verschiedenste Weisen bearbeiten. Man kann den Action Text einstellen, das ist das, was da steht. Man kann auch den Object Text einstellen, hier. Das ist dann nochmal so ein kleiner Text da drüber. Hier stellt man ein, mit welcher Taste das Proximity Prompt aktiviert wird. Hier könnt ihr noch einstellen, ob man es einmal klicken muss oder vielleicht 234 Sekunden lang gedrückt halten muss. Hier ist natürlich dann noch der Key Code fürs Gamepad. Wenn Leute mit einem Controller spielen, man kann es enablen. Man kann es clickable machen, dass man einfach raufklicken kann. Man kann Offset einstellen. Man kann die Distanz einstellen, wie nah man rangehen muss, damit man das Proximity Prompt überhaupt sieht. Man kann Exklusivität einstellen, dass man einen Proximity Prompt pro Knopf hat. Man kann einen global machen, all will show. Könnt ihr alles einstellen. Und vor allem könnt ihr den Style einstellen von Default auf Custom. Aber wenn ihr es auf Custom stellt, ändert sich erstmal gar nichts, weil dann ist das Ding einfach unsichtbar. Und da kommt jetzt der schwierige Part. Wie macht man einen Custom Proximity Prompt? Dafür müsst ihr zuallererst ein Billboard GUI erstellen. Wir gehen jetzt mal hier zu diesem Block, zu dem Prompt Part hier. Da klicke ich einmal rauf und füge ein Billboard GUI hinzu. Das ist dann einfach nur ein GUI, das in diesem Block erscheint. Genauso wie ein Proximity Prompt auch. Und wie in jedem GUI müsst ihr natürlich hier nochmal Plus drücken und erstmal ein Frame hinzufügen. Und dann seht ihr schon, da ist es auch drin. Es ist jetzt komplett drin. Was ihr beim Billboard GUI einstellen wollt, ist erstmal All Rays on Top. Dafür macht ihr hier ein Häkchen, damit es immer im Vordergrund ist. Und dann könnt ihr das ganze Ding auch gestalten. So wie man halt GUIs gestaltet. Ihr stellt die Size ein. Zum Beispiel können wir jetzt sagen, wir machen einfach mal eine relative Größe hier. Denken wir mal lustig. Nehmen wir mal 3x3. Das ist dann ziemlich groß. Im Frame müsst ihr natürlich auch wieder alles genauso einstellen. Und dann müsst ihr zu dem Frame natürlich alles möglich hinzufügen. Da ich jetzt keinen Bock habe, das ganze Ding zu gestalten, ich habe ja schon öfters gesagt, GUIs mag ich nicht, habe ich das ganze Ding natürlich schon vorbereitet. Hier im Starter GUI ist schon mal ein fertiges Billboard GUI drin. Wenn ihr das einfach runterladen wollt, guckt in der Videobeschreibung nach. Mitglieder Tier 2 oder Tier 3 können das dann einfach herunterladen. Und ich klicke hier einfach mal rauf. Gehe dann auf Enable, damit ihr sehen könnt, so habe ich das Ding gestaltet. So sieht das hier aus. Und um sicherzustellen, dass das Ding auch angezeigt wird, obwohl es im Starter GUI ist, hat Billboard GUI noch eine Eigenschaft, die andere GUIs nicht haben. Ihr klickt hier rauf und dann habt ihr hier Adorny. Und auf Adorny könnt ihr raufklicken und dann das Part auswählen, wo es angezeigt werden soll. Ich kann zum Beispiel auch hier den Zaun nehmen und dann ist es hier auf dem Zaun drauf. Ansonsten verhält sich das wie ein ganz normales GUI. Meins besteht jetzt aus dem Frame, aus einem Action Text und einem Key. Ihr könntet theoretisch noch einen Object Text machen. Ihr könntet dann auch irgendwelche lustigen Indikatoren, wie lange man gedrückt hält, machen. Aber das Tutorial soll jetzt keine Stunde gehen. Deswegen machen wir weiter mit dem, was wir haben. Und zwar mit einem fertigen Billboard GUI. Und nun schreiben wir ein Billboard Script. Hier ist er schon drin. Ich schreibe das mit euch einmal zusammen neu. Damit ihr wisst, was zu tun ist. Also klicken wir hier aufs Plus. Local Script. Das benennen wir dann natürlich um in Billboard Script. Print Hello World kommt weg. Und wir brauchen hier drin nur ein Service. Und zwar Local Procs. In Proximity Prompt Service. Der sieht so aus. Dann müssen wir uns natürlich erstmal das Billboard GUI holen. Local Billboard GUI. Ist gleich Script.parent. Hier machen wir so einen kleinen Abstand. Und wir cachen uns die Prompts, die angezeigt werden. Weil uns so ein Cache die Arbeit wirklich erleichtert. So haben wir jetzt Local angezeigte Prompts. Ist gleich ein leerer Table. Und schreiben jetzt unsere erste Funktion. Wenn dieses Billboard GUI angezeigt werden soll. Dafür hat Proximity Prompt Service ein Event. Dann wird ein Event gefeiert. Und an das Event koppeln wir eine Funktion. Und die nenne ich jetzt Function Prompt Erstellen. Wir könnten es auch Prompt Anzeigen nennen. Aber erstellen trifft es eher. Weil wir ein neues Prompt erstellen. Und es nimmt die Argumente rein. Prompt. Das ist ein Proximity Prompt. Und es nimmt auch noch den Input Type des Spielers rein. Und jetzt sagen wir if Prompt.Style ist gleich ist gleich Enum. Punkt Proximity Prompt Style Punkt Default. Then Return End. Weil wenn wir das Ding auf Default haben. Wollen wir ja kein Custom Proximity Prompt haben. Das sorgt nur dafür, dass wir am Ende zwei Prompts haben. Und das wollen wir nicht. Und jetzt fügen wir noch eine Bedingung hinzu. Unter der wir einfach abbrechen. Und zwar indem wir hier schreiben. oder angezeigte Prompts in eckigen Klammern Prompt. Weil hier wollen wir ja die Prompts, die schon angezeigt werden, drin cachen. Und wenn wir schon einen angezeigten Prompt hierfür haben, dann brechen wir ab. Ob das jetzt wirklich passiert, weiß ich nicht. Ich habe mich nicht so sehr mit dem Service auseinandergesetzt. Aber ein bisschen Misstrauen schadet nie. Nun erstellen wir uns ein neues Billboard GUI. Also Local Billboard ist gleich Billboard GUI Doppelpunkt Clone. Local Frame ist gleich Billboard Punkt Frame. Ihr könnt auch Doppel... Ja, wir machen es sicher. Wir machen es sicher. Doppelpunkt FindFirstChildFrame. If not frame, then return. Waren Billboard GUI nicht korrekt aufgebaut. End natürlich. So, jetzt haben wir unser Billboard GUI geklont. Als nächstes müssen wir es natürlich noch anpassen. Also sagen wir jetzt Frame.ActionText.Text ist gleich Prompt.ActionText. Wir übernehmen jetzt einfach die Daten aus dem Proximity Prompt an sich. An der Stelle, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, könnt ihr hier auch noch checken, ob ActionText und Key existieren. Oder halt, falls ihr noch irgendwelche anderen Texts oder irgendwelche anderen Sachen hier in dem GUI drin habt, dass die auch existieren, könnt ihr checken. Ich mache es jetzt nicht, weil bei mir ist es auf jeden Fall da. Das ist ja eigentlich auch nur während der Entwicklung wichtig. Im laufenden Spiel wird das Ding nicht verschwinden. Also Frame.Key.Text. Und jetzt wird es schwierig. Wir können hier jetzt theoretisch einfach E hinschreiben, wenn ihr immer nur ganz normale Proximity Prompts habt, die mit E laufen. Aber, wenn ihr einen Mobile Spieler habt, dann weiß er natürlich nichts mit E anzufangen, sondern will tippen. Und dafür haben wir hier oben den Input Type. Und jetzt müssen wir einfach mal ein If Statement machen. If Input Type ist gleich 0, then. Dann könnt ihr an sich E schreiben. Wenn ihr verschiedene Tasten habt, dann müsst ihr für jede Taste auch noch eine Abfrage machen. Also dann sagen wir hier, then. If prompt.KeyboardKeycode ist gleich enum.Keycode.e, then. E else if. Na, ich glaube, ich schreibe das hier dann mal so in zwei Zeilen, damit ihr es ein bisschen besser seht. Prompt.KeyboardKeycode ist gleich enum.Keycode.e, then. F, dann sagen wir einfach am Ende else, Q. Und jetzt schreiben wir hier wieder, else if Input Type ist gleich 1. Dann ist es nämlich das GamePad in Controller. Then, if. Und dann wieder genau derselbe Spaß wie vorhin auch. Prompt.KeyboardKeycode ist gleich enum.ButtonX, then. X, else if. Kopieren wir uns das wieder, schreiben es hier hin. Dann sagen wir Button A, then A. Und am Ende wieder else. Und dann einfach hier ein Y. Und dann am Ende hier noch ein else. Und jetzt ist das Einzige, was am Ende übrig bleibt, noch die 2. Input Type ist gleich 2. Und weil es die einzige letzte Option ist, brauchen wir dafür keine Abfrage machen. Und Input Type ist gleich 2. Bedeutet, wir sind an einem Smartphone oder Tablet. Und dann returnen wir zum Beispiel ein Emoji. Da gebe ich einfach mal Finger ein und nehmen wir einfach das da. So, alle Angaben ohne Gewehr, aber ich denke, das sollte jetzt so funktionieren. Als nächstes müssen wir noch den Adorni setzen. Dafür schreiben wir einfach billboard.adorni ist gleich prompt.parent. Und billboard.enabled setzen wir auf true. Weil wir haben ja hier noch unser Beispiel billboard.gui, das ja nur zum Testen im Studio da ist. Und da setzen wir enabled auf false, damit wir das nicht sehen in dem Game. Und wenn wir dann eine Kopie davon machen, müssen wir enabled wieder auf true setzen. Als allerletztes billboard.parent ist gleich billboard.gui.parent. Und das ist halt das Player-GUI vom Spieler. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass dieses angezeigte Prompts ja überhaupt Sinn macht. Also gehen wir nochmal eine Zeile runter schreiben. Angezeigte Prompts. In eckigen Klammern. Prompt ist gleich billboard. Und damit wird das ganze Ding noch angezeigt. Jetzt wird es noch ohne Animation angezeigt. Aber zu der Animation kommen wir später. Denn vorher ist es viel wichtiger, dass wir jetzt noch eine Funktion schreiben, um es wieder auszublenden. Also Local Function Prompt vernichten. Das wird jetzt nämlich komplett vernichtet. Und da nehmen wir mal wieder das Prompt rein. Zum Teil Proximity Prompt. Jetzt sagen wir if not angezeigte Prompts in Klammern Prompt, then return end. Weil wenn wir kein Prompt zum Anzeigen haben, dann haben wir auch nichts zum Vernichten. Und falls wir es doch haben, dann kopieren wir uns das hier direkt nochmal raus. Und genau dafür ist der Cache da, damit wir es sofort greifen können und sagen können angezeigte Prompts. Doppelpunkt destroy. Im Anschluss müssen wir den Cache natürlich noch clearen, indem wir dasselbe jetzt nochmal auf nil setzen. Weil sonst könnt ihr das Prompt nur einmal anzeigen und einmal ausblenden. Und dann haben wir einen Debounce geschaffen, der sich nicht mehr aufhebt. Und am Ende müssen wir das Ganze noch connecten. Das heißt einmal prox.prompt shown, doppelpunkt connect, prompt erstellen. Und prox.prompt hidden, doppelpunkt connect, prompt vernichten. Und damit ist der Basic Aufbau getan. Wir haben jetzt diese Funktionen hier geschrieben, dieses Script hier. Ich gehe einmal noch hier rüber. Ihr seht, da ist nur das F abgeschnitten bei dem Elsif, sonst ist alles im Screen. Viel mehr braucht ihr nicht für den grundsätzlichen Aufbau. Wenn wir jetzt auf Play gehen, gehen wir mal auf Play, dann können wir einmal testen, ob es funktioniert. Können wir einmal hier hingehen zu unserem Part und es wird angezeigt. Aber ich habe scheinbar doch noch einen Fehler gemacht. Weil mir wird jetzt hier angezeigt, dass wir auf dem Tablet sind. Also konnte ich wahrscheinlich doch nicht istgleich, istgleich und dann einfach die Zahl machen. Es wäre auch zu schön und wahr zu sein, aber die Prompts funktionieren auf jeden Fall. Sie ploppen halt auf ohne Animation. Wenn ich es ausführe, kommt auch noch keine Animation. Die Animation ändern wir auch, aber wir müssen vorher noch den kleinen Bug beheben. Na gut, dann machen wir es einfach mal mit inum.proximity.prompt.inputtype.keyboard. Und dann kopieren wir uns das Ganze nochmal und nehmen proximity.prompt.inputtype.gamepad rein. Ist jetzt ein bisschen mehr Text, aber das sollte jetzt auch funktionieren. Wir gehen jetzt nochmal auf Play. Ich hatte nur keine Lust, dieses lange Wort zu schreiben, proximity.prompt.inputtype. Und es funktioniert. Jetzt wird mir hier E angezeigt. Wir können jetzt einmal auch noch den Test machen, ob das auch funktioniert, wenn ich jetzt hier diesen Part nehme, dupliziere, rüberschiebe und dann bei dem proximity.prompt hier das Ganze von E auf F ändere und dann nochmal auf Play gehe. Dann haben wir hier E und hier haben wir F. Und es funktioniert. Er zeigt es mir richtig an. Ich mache das Ding hier aber mal wieder weg. Und jetzt wollen wir das Ding noch so ein bisschen animieren, damit es nicht ganz so steif aussieht. Und dafür erstmal eine Anzeige-Animation. Die ist ziemlich einfach, weil da werden wir einfach das von klein zur normalen Größe rübertweinen. Und dafür cachen wir uns einfach mal die aktuelle Größe. Nehmen wir hier, schreiben local.size ist gleich frame.size. Danach setzen wir frame.size auf was Kleines. Na, machen wir es mal mit Minus ist gleich UDIM 2.fromOffset. Dann sagen wir mal 30,30. Vielleicht müsst ihr hier was anderes machen, je nachdem wie groß euer Ding ist. Meins wird jetzt 30 Pixel in beide Richtungen einfach kleiner zum Anfang. Und wenn es dann reingetreent wird, geht es wieder auf die Standardgröße zurück. Und diesen Treen, den schreiben wir jetzt auch. Und zwar nachdem wir das parent gesetzt haben, das heißt direkt nachdem es sichtbar ist, sagen wir jetzt frame.treen.size auf die size. Enum.easingdirection. Ich denke out macht hier Sinn. Komma, enum.easingstyle.sign. Ihr könnt wie gesagt was ganz anderes nehmen, zum Beispiel Elastic oder so. Komma, sagen wir mal 0,2 Sekunden soll das ganze tween. Und es soll nichts anderes überschreiben. Und damit haben wir dann auch ein Treen erschaffen, wenn das Ding angezeigt wird. Der wird übrigens automatisch in der Co-Routine abgespielt. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass das irgendwas verdeckt. Aber ihr seht, es funktioniert. Es geht von klein zu groß. Vielleicht sogar ein bisschen zu langsam. Wenn euch das zu langsam ist, dann stellt ihr einfach die Zeit hier ein bisschen niedriger auf 0,1. Ja, und jetzt kommt es sehr schnell. Aber es kommt. Wunderbar. Dasselbe könntet ihr theoretisch hier auch noch bei Prop Vernichten machen. Aber müsstet ihr dann halt warten, bis der Treen vorbei ist, bis ihr es vernichtet. Aber wir wollen jetzt noch eine Funktion schreiben, die das Ding dann noch so ein bisschen wackeln lässt, wenn man es aktiviert. Und, beziehungsweise ich werde mal wieder nur die Size treten, weil es einfach leichter ist. Und die heißt Local Function Prompt Getriggered. Und ihr nehmt den Prompt rein. Vom Type Proximity Prompt. Hier holen wir uns erstmal das Billboard UI. Local Billboard ist gleich angezeigte Prompts in eckigen Klammern. Prompt. Dann sagen wir als nächstes If Not Billboard Then Return End. Weil wenn das Ding getriggert wird und direkt danach ausgeschaltet wird, oder falls es eine Funktion triggert, die das Prompt direkt zerstört, dann brauchen wir es hier wirklich nicht ausführen. Das macht dann keinen Sinn an der Stelle. Und weil wir gleich was mit dem Frame machen werden, sagen wir auch direkt or not billboard, wichtig nicht billboard UI, sondern billboard, Doppelpunkt, find first child in Klammern frame. So, also wenn das Billboard nicht mehr existiert oder halt nicht mehr gecashed ist, oder in billboard kein Frame mehr drin ist, dann returnen wir zum Ende und machen jetzt den Treen. Und da könnt ihr einfach das von hier oben kopieren und dann ein bisschen umschreiben, damit es euch passt. So, also wir trennen die Size vom Billboard auf billboard.frame.size plus UDIM2.offset. Fünf Pixel größer mache ich das jetzt. Wenn ihr es stärker machen wollt, könnt ihr es auch größer als fünf Pixel größer machen. Using Style Out Sign habe ich und ich habe es wieder 0,1 gemacht. Wir können vielleicht auch mal 0,05 probieren. Und dann müssen wir danach auch so lange warten, wie wir trennen. Das heißt Task.Wade 0,05, weil wir hier 0,05 trennen. Und dann müssen wir genau diesen Treen wieder rückgängig machen. Und dafür kopieren wir uns das Ganze und treiben hier dann einfach ein Minus hin, um die fünf Pixel wieder abzuziehen. Wichtig, innerhalb dieser 0,05 Sekunden kann es ja sein, dass das Billboard-Tree euch nicht mehr angezeigt wird oder zerstört wurde. Und deswegen müsst ihr noch einmal genau das hier kopieren und hier nochmal abfragen. Und das wäre es dann. Also hier könnt ihr nochmal sehen, das sind die Twins, die ich geschrieben habe. Und das sollte jetzt funktionieren. Ich mache die Twins mal ein bisschen größer. Sagen wir mal 8 Pixel, damit ihr es auch deutlich seht. Und zuletzt müssen wir das Ganze nur noch connecten. Dafür schreiben wir hier unten. Crocs.trumped.triggered. Doppelpunkt.connect.trumped.triggered. Dann ist das auch connected und jetzt sollte es funktionieren. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal zu unserem Part. Hier wird es angezeigt. Ich drücke E und bam. Ihr seht, es geht klein hoch. Ich spam jetzt mal. Es funktioniert. Aber ihr seht, wenn man jetzt so richtig schnell spammt, ja, dann gibt es Probleme. Deswegen könnte man den Code an der Stelle noch ein bisschen verbessern. Vielleicht wisst ihr selbst, wie man es fixt. Vielleicht wisst ihr es nicht. Kleiner Tipp. Die Originalgröße cachen. Na komm, ich zeige es euch einfach mal. Wir sagen jetzt einfach billboard.gui.frame.size. Und damit ist das Ganze gefixt, weil wir haben hier oben ja immer noch unser Billboard.gui. Das ursprüngliche Billboard.gui. Und von dem können wir uns einfach die Größe stibitzen. Und dann gibt es diesen Fehler einfach nicht mehr. Das ist jetzt so die einfachste Lösung, die es gibt. Man kann es nicht kompliziert machen, aber man kann es auch einfach machen. Also so bababababababababababababababababababab. Jetzt kann ich spammen, wie ich will und es passiert nicht mehr. Also brauche ich mir da auch keine Gedanken mehr machen. Also kann ich jetzt einfach reingehen in mein Haus. Die Lichter anmachen. Wunderbar. Kann hier so ein bisschen, keine Ahnung, was man an dem Tisch macht. Ich habe das hier einfach so gebaut, weil mir danach war. Im Nachhinein denke ich mir so, warum habe ich das getan? Das hat so lange gedauert, das hier alles zu bauen. Ich habe hier locker 5, 6 Stunden dran gesessen, das alles zu basteln. Und das eigentlich nur, um euch hier solche Billboard.guis zu zeigen, die dann eine Falltür aktivieren können. Also falls ihr mein Billboard.gui zusammen mit diesem ganzen Haus hier herunterladen wollt, guckt in der Videobeschreibung nach. Mitglieder Tier 2 oder Tier 3. Könnt ihr es da dann einfach runterladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!